Einen wunderschönen guten Hallo Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf Youtube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Michael Scouts zusammen mit Early John und das war's Hallo 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 Hat's bei dir oder was? Nur weil ich dich austraub? Ja levitier mich halt Okay ähm gib mir ein Levitier Gebel auf die Welt Vielleicht werde ich auch noch meine Dragon Chestplate anziehen Alles wird gut Ich mach das doch schon zu lass mich jetzt mal hier Mach ein Gebel gib mir das Schwert wieder Fick dich Komm her Deine Mama fliegt leer auch Katze nimm ihm das Schwert weg Wie soll ich das machen? Du hattest die Schwachsinnsidee ihm ein Schwert zu geben Ey es ist so verpackt Es hört nicht auf Moment jedes Mal neu connect ist das nervig Dumme Scheiße ey Ich hab noch einen Gold-Coin Ja gib her Oh riesen Dungeon Gern als Maul Oh Aber Early wolltest du ihm noch sein Schwert wegnehmen? Wieso? Ja War ja die Frage Ja aber ja Ja Willst du das machen? Ja umbringen Ja aber dann kannst du die Sachen nicht lupen Ist ja egal einfach so oft umbringen wie es das man selber hergibt Kommt erstmal an mich ran Glaubst du ich krieg das nicht hin mich umzudringen? Nein Es ist aus Aus und vorbei Nein Und Early fliegt wieder hoch ne Ja Early ist noch da Ja aber er fliegt wieder hoch in die Luft Aber wir können seinen Grabstand zerstören Das geht Das würde theoretisch gehen Nein Aber dann verliert er halt sein Zeug ne Oder er verspricht uns jetzt hoch und heilig dass er dir gleich das Schwert droppt Ich werd nichts mehr machen hoch und heilig Das war nicht die Frage Ich werd nichts mehr machen hoch und heilig Ich werd nichts mehr machen hoch und heilig Nein ich will das Schwert ja gar nicht haben Wir sollen wir nur nicht auf den Weg gehen So Wollen wir eine Trillight Forest Du willst wirklich dass der unfähigste Mensch nach dir ein Schwert in der Hand hat Wenn wir zusammen gegeneinander äh miteinander gegen irgendwas kämpfen Er muss uns nur einmal aus Versehen miterwischen Wo soll ich Portal zum Twilight Forest hin baste Katze? Hier rechts direkt nach dem Ausgang Hier rechts Hier Dann sagst du wo die Sachen hingebaut werden Ja aber das hat am besten passen würde ich mal sagen oder? Ne würde ich nicht sagen Hier kommen die großen Portale hin die so aussehen Twilight Forest Portal ist horizontal auf dem Boden Und er macht es tatsächlich hier hin ne Katze? Ja Hab ich gesehen Was? Warte mal was kommt denn? Das ist ein Portal? Aua Wodach sieht denn das für die aus? Ja ich kenn doch Ich kenn nur sowas Das kannte ich vor 6 Jahren Ja guck doch an Guck sie siehst du doch Kann ich jetzt einfach reinspringen? Nein kannst du nicht warte jetzt Wir gehen da zusammen alle rein Wo ist Jan? Ja ich bin grad auf dem Weg Ok Jan will nie mit Haben wir da geklärt Hallo Tauwanger Interessanterweise konnte ich den Enchantment Table trotzdem craften und rausnehmen Aber wurde dann wieder zurückgesetzt Ich kann mit dem Cloudpad fliegen Ganz normal Creativefly Optionen sind normalerweise im Twilight Forest deaktiviert early So Waypoints hinzufügen Äh Portal Blau Speil schon Oh Holy shit Was ist denn das hier? Warum dampf Sind hier so Ii was ist das denn Warum dampfen das hier so seltsam? Im Dark Forest Holy shit Orni Ich sollte mal in Füßen dampf dort auch irgendwie Im Haus sogar Alter Der Dark Forest Ist ja Hörscher Hammer Hart Jan für den Chickenpad bräuchlich ein Huhn oder? Was? Ein Chickenpad Ein Chickenpad Ein Dingssorben Wie ist es denn? Ach stimmt bleibt das habe ich hier weil ich den noch nicht freigeschaltet habe ne? Das Gebiet Katze ne? Ja Normalerweise schon Okay dann hier ist nämlich Hier können wir nämlich die Gastqueen können wir hier Beschwören Ich habe schon das Endportal äh Endding ins Dungeon gefunden Lol Ja ist doch nice Leute gefällt mir dann gucken wir mal was für die Quest wir haben Ballern die einmal ab schnell durch Oh geil Oh geil Was hast du denn? Wie schnell ich renne? Ach hast du ihm jetzt das Pad gegeben oder hat? Der hat mir ein M&E System Drei Stücke ich hab mir eins genommen Was? Boah macht das jetzt Spaß Ach Chickenpad Uncrafting Table Wie komm ich denn nochmal da ran? Mit mir Uncrafting Table Dem basteln wir Masonab Fokus Wo krieg ich den nochmal her? Items Was ist los? Komm mal mit Will dir was sagen? Soll ich dir hinterher laufen? Ja bitte Warte Wir sollten ein bisschen weiter weg gehen Guck mal Guck mal Einen riesen Hammer an Guck mal was ich damit machen kann Und? Kacke Wofür die nochmal den Masemap Fokus? Cool Kisten ne? Hast ne Waffe die passt zu dir Wenn sie jetzt noch Schaden macht dann hast du auch einen Ah ist gerade versucht mich zu schlagen Ja und nur um zu gucken Ah ok Überlegen wir uns das vielleicht zweimal ob wir das nochmal machen Weißt du noch wie er gesagt hat er macht es nicht mehr er setzt es nicht mehr ein Hat er es natürlich wieder gemacht Ja beim Jan Ja Jan fliegt weg Alter Beim Jan hab ich das auch nicht gemacht Den muss ich mobben Der stinkt ja Hervor muss man mich mobben Ich hab ganz nette Wurfis die mich töten wollen gefunden Warum flieg ich immer noch Das sind normale Wurfis wenn sie dich töten wollen Guck dir Jan kommt wieder runter Boah Jan Komm gib mit dem Masemap Fokus Alter was war das denn? Ja mein riesen Hammer Weck dich nicht mit dem an Woher hast du den? Äh beim Dungeon Ach auch seine Hose gezaubert Oder so Ah wo viel Müll aber kein Mensch braucht Ja komm mal her bitte Hier komm mal Hammer bitte Hallo Warte mal Komm mal her Ich bin nix Versprochen Ja da will ich nix drauf geben Stell dich dazwischen Oh Gott In die Mitte Ja bin ich Guck mich an Hol deinen Hammer raus Ja Wo ist hol ihn raus Jan Dankeschön Bitte Hat er dir gefallen? Ja hab ein Thumbnail gemacht Okay Wow Ich nutze meinen Hammer um Flicks zu kriegen Und ich hab Vollschwerte mit Looting 3 Ähm ja jetzt ist die Frage Ähm ja jetzt ist die Frage Muss eine Person die Gegner töten Um das reingeschaltet zu kommen Oder geht das in der Gruppe Katze Weißt du das noch? Ähm Ähm Ich glaube das ist pro Person Außer die andere Person war dabei und hat mit drauf geschlagen Ja wollen wir das denn eben zusammen machen? Einmal alle? Können wir machen Mit Twilight Forest Ich hab sowieso kein Interesse am Twilight Forest Ja Nicht okay Aber Gimbal Jan Ich komme Weißt du Twilight Forest Hast du einmal gemacht Dann ist das langweilig für mich Ja Kann ich rein? Ja Kann sie jetzt fliegen? Nö Ja dann Katze Kann sie in die Brustplatte wenigstens gehen Nein Das Cloud Pad Nein Das Cloud Pad habe ich fünf Folgen lang gesucht Die Brustplatte Nein Du hast auch noch eine Brustplatte und ein Cloud Pad Nö Brustplatte habe ich angegeben Ah nein Ich hatte meine Brustplatte Stimmt Ja aber ich habe keine bekommen Ich habe nur das Cloud Pad bekommen Du hattest doch vorhin noch eine Brustplatte an Hä? Ja Aber das Die ist nicht zum Fliegen Das ist ein Effekt Und der Mal ist es drauf Mal nicht Jan hat halt eine Night Chessplate mit Fliegen Ich hoffe wir brauchen eine Brustplatte für Gimbal Damit er fliegen kann Jetzt kommen wir nicht voran Die haben nämlich schon alles gefunden hier Easy Items Würdest du mir deine Chessplate geben? Wenn sie explodiert danach Komm Soll ich die explodieren? Kann sie brauchen eine Entscheidung? Hast du doch gehört? Nein Oh Gut Gimbal, dann musst du hinterherlaufen Wo seid ihr? Sie ist auf der Web Ich habe ihn auch schon verloren Ach, warte mal Stimmt auf dem Einfach Richtung Süden Ganz weit Richtung Süden Hallo Hallo Jan Wow Das war ja Krass Willst du den Wegpunkt markieren? Ach Warte, das kann ich auch glaube ich so Wie geht das? Warte mal Äh J, ne? Dann Ähm Okay, haben wir auch noch nicht freigeschaltet Irgendwo ich hier im Waldquadat, ne? Funktioniert das wirklich so? Holy shit Funktioniert nicht so ungefähr Egal Ja, wir müssen das allererstes die Hydra finden Wo es das ist Denn was muss man finden? Die Hydra müssen finden Die Schlange Okay Die Hydra ist aber nicht die Schlange Das ist die Naga Äh, Naga meine ich, genau Oh, die Hunde sind wenig Ich lauf dann einfach weiter nach Süden Ja, da sind wir schon länger mehr Ich bin jetzt lauf jetzt gerade nach Westen Wir haben mal eine Abmoderation Also Gumpel, ne? Halt du mal Klappe, ja Ja Okay, Jan mach die Abmod-Shit So, ja, haben wir raus Oh Gott Jetzt will ich jetzt hören Oder willst du die Klappe halten? Wollte ich so die Klappe halten? Keine Ahnung, hast du nicht Ich habe gesagt Gebleib an die Klappe In dem Kontext hätte das auch sein können Ja, oder das mache ich Ja Achso, nein, nein, nein Ich mach die Abmod-Shit Ja, dann haben wir raus, Jan Also Leute, danke fürs Zuschauen Hast du gerade Hallo Leute gesagt? Mann, du Lass mich doch aus Ich hab die ganzen Ja, egal Okay, danke fürs Zuschauen Leute Wenn es euch gefallen hat Lasst einen Like Schaut bei den anderen in den Kommentaren Äh, gar nicht In die Verschreibung vorbei In den Kommentaren Tschüss Ja Tschüss Tschüss